Ich bin hier in unserem Wohnzimmer. Diese schönen Bilder, schönen Kamin alles. Die haben wir, wo man schön hochgehen kann. Und jetzt mache ich gerade eine Online-Überweisung. Weil wir von der Kreissparkasse dieses Teil hier gekriegt haben. So sieht es aus wie ein Taschenrehen, der Kleiner. Mit Checkkarte. Man schiebt dann, huh? Checkkarte rein. Das ist ein Chip. Das sieht man rein. Man legt es oben an. Man drückt F. Übertragung aktiviert. Jetzt habe ich hier auf der Homepage eine Kreissparkasse. Jetzt sucht ihr den Anfang. Und dann läuft er von rechts nach links. Das ist schon das absolute Schwachse. Was heißt ja Anfang? Entweder fängt er an oder nicht. Was sucht denn du da? Man muss das dann von der Breite richtig ausrichten. Und dann so schräg hinlegen. Steht auch drauf. Habe ich gemacht. So jetzt sucht ihr den Anfang. Was macht er jetzt? Jetzt sucht ihr nochmal den Anfang. Was sucht denn der? Ich meine ich wollte das überreißen. Das mit dem Suchen, das ist das Wort hier eigentlich gar nicht. Sucht immer noch den Anfang. Ich habe es genau so wie es da beschrieben ist. Von oben. Man sieht es ja. Und dann sucht er dann jetzt den Anfang. Ich glaube der sucht einen Anfang ohne Ende. Noch einmal. Jetzt erst. Ich mag den Anfang. Jetzt hat er gerade ...